Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf Flo-Versum. Ja, wir sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade im Urlaub und wir sind einmal der Flo. Und Theo, meine Frau. Und ich habe gedacht, ich mache nochmal einen Podcast und keine Sorge, es kommen hier in Zukunft nicht nur noch Podcasts. Aber ja, im Urlaub ist das definitiv die bessere Option, denn entweder sind wir viel unterwegs und schwitzen oder wir liegen einfach rum und da pietzelt sich der Audio-Podcast hier auf jeden Fall an. Ja, und wir kommen direkt zum Thema. Und zwar habe ich, bevor es in den Urlaub ging, noch ein Paket bekommen von JPC. Grüße gehen raus hier an der Stelle. Und zwar mit zwei Steelbooks. Das Ganze mit der Weiße Hai 3 und der Weiße Hai Teil 4. Und JPC, sage ich direkt vorab, ist so eine Sache, weil bei JPC bestelle ich eigentlich nur deswegen vor, weil sie immer so die Ersten sind, wo man das Ganze vorbestellen kann und gerade bei limitierten Editionen sich dann halt auch sichern kann. Denn heutzutage sind halt wirklich so Sondereditionen wie Steelbooks oder auch Mediabooks relativ schnell vergriffen. Und man kann froh sein, wenn man sich das Ganze auf jeden Fall vorbestellt hat. Und ich mache es mittlerweile so, ich bestelle das Ganze bei JPC vor, sollte es aber einen Händler geben, der besser verpackt, dann storniere ich das Ganze und kaufe es dann bei einem anderen Händler, weil so schnell JPC auch ist mit den Vorbestellungen und man sich das Ganze sichern kann, verpacken sie halt auch ziemlich, ziemlich schlecht. Also das Ganze kommt wirklich in so einem etwas dickeren Umschlag daher, nicht ganz so schlimm wie diese Amazon-Umschläge, die da sehr, sehr dünn sind und auch viele Sammler auf jeden Fall hassen. Aber das Ganze ist auf jeden Fall, gerade was Steelbooks betrifft, nicht gut gesichert. Ja, und ich habe es jetzt im Fall von Teil 3 auch wieder gehabt. Teil 3 hat auf der Rückseite eine richtig dicke Delle, Teil 4 wiederum ist komplett in Ordnung. Ja, und ich war wirklich etwas gefrustet. Was sagst du dazu? Jaja, du möchtest natürlich auch die Qualität dazu, was du kaufst. Und wenn das dann natürlich so ankommt, dass du Schandellen oder Kratzer drin hast, ist dann natürlich frustrierend. Dann ist klar, dass auch ganz viele Leute ihre Sachen wieder zurückschicken, die Feedbacks auch nicht positiv dazu sind. Ja, und dann lernen sie nicht daraus. Weil wenn ich jede Menge Kundenretouren bekommen würde, dann würde ich mir doch langsam mal die Überlegung anstellen, vielleicht sollte ich doch mal in Zukunft besser verpacken. Da stimme ich dir schon zu, die Verpackungen müssen sich natürlich anpassen. Wenn die dann eben sagen, gut, dann müsste ich ein Euro draufhauen, weil es bessere Verpackungen gibt, bitte. Aber man kann, finde ich, jetzt nicht nur den Leuten die Schuld geben, denn wir wissen auch, wie unsere Lieferleute alle drauf sind. Wobei das natürlich nicht für alle Zusteller gilt. Da gibt es natürlich da draußen ganz viele tolle Zusteller, die alle einen guten Job machen. Aber ein paar schwarze Schafe gibt es natürlich auch. Wir wissen gerne, dass die versuchen, die Pakete in die Briefschlitze reinzuquetschen, auch wenn es nicht passt. So oft wie ich Pakete hatte, die angekommen sind, die schon halb aufgerissen waren, zerdellt waren und alles. Also da kann man, finde ich, nicht nur den Leuten, die verpacken, die Schuld geben. Da muss man auch die Lieferdienste ein bisschen mit reinnehmen. Ja, stimmt. Wir hatten noch einen Fall vorher mit Rotos, den hatte ich bestellt bei Cape Light. Wobei ich sagen muss, Cape Light verpackt bisher sehr, sehr gut. Bin ich auf jeden Fall absolut zufrieden mit. Aber ich war nicht zu Hause, du warst auch nicht zu Hause und hast das Ganze dann tatsächlich im Briefkasten vorgefunden oder fast schon am Briefkasten, oder? Sagen wir so halb, halb. Die haben das große Paket versucht, bei uns in den Briefkasten eben rein zu zwängen, würde ich sagen. Nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Und somit war es halb drin, halb draußen. Und ja, ich bin ja auch froh, dass bei uns am Briefkasten noch so eine Luke ist. Falls es geregnet hätte, wäre das ganze Paket durchnässt gewesen. Ja, also ich hatte da tatsächlich schon ein bisschen Angst, habe dann aber das Ganze ausgepackt und ja, das Mediabook war auf jeden Fall in Ordnung. Das hätte aber vielleicht bei dem einen oder anderen Händler vielleicht ganz anders ausgesehen. Und ja, das nimmt einem halt alles schon ein bisschen den Spaß. Jetzt sagte mir schon der ein oder andere im Fall von der Weisheit Teil 3, schick das Ganze doch einfach zurück an JPC. Aber damit ist das Problem halt nicht gelöst, weil zum einen kann JPC mir das Ganze gar nicht austauschen, weil die halt auch komplett ausverkauft sind. Und andere Händler habe ich da jetzt auf die Schnelle auch nicht gefunden, die das Ganze haben. Ja, und dann bleibt mir am Ende nur der Zweitmarkt übrig, wie Ebay und so weiter. Und dann schmeißt du noch irgendwelchen Scalpern das Geld in den Rachen und bezahlst das Doppelte oder gar Dreifache. Und das ist halt schon ziemlich übel. Jetzt könnte man natürlich aber auch den Weg gehen, in den lokalen Markt zu gehen, deinen Händler da auch nochmal ein bisschen zu unterstützen vor Ort. Aber auch die bekommen ja ganz oft solche Sondereditionen gar nicht mehr. Also gerade auch die großen Ketten, die früher wirklich die ganzen Steelbooks hatten, haben sie teilweise gar nicht mehr am Erscheinungsdatum im Regal. Und ja, so bleibt einem mittlerweile oft nur noch der Weg, das Ganze online zu bestellen. Stimmt, also wenn man meistens vor Ort nachfragt, sagen die meistens immer, können wir nicht beschaffen oder kriegen wir nicht mehr rein? Das ist ganz große Probleme mittlerweile leider vor Ort, Sachen zu kriegen. Und daher hast du eigentlich gar keine andere Wahl, als online die Sachen zu holen. Ja, und dann, das ist so das Schlimme für mich als Sammler, weißt du, dann gibt es wirklich von den Steelbooks oder auch anderen Sondereditionen einfach weniger Exemplare wie früher teilweise. Und diese wenigen Exemplare, ja, die werden dann auch noch kaputt gemacht. Ja, das ist gerade das Ärgerliche daran, weil du eben, jeder Händler so nur eine gewisse Anzahl davon bekommt und wenn die weg sind, sind die weg. Und du hast dann auch keine Chance eben Neues zu kriegen, was besser aussehen könnte oder irgendwas. Also du sitzt in dem Sinne auf dem, was du hast, fest. Ja, also wirklich mega ärgerlich. Und ich sag dir ganz ehrlich, dieser ganze Frust, der dann entsteht, den vielleicht der ein oder andere Sammler da draußen vielleicht mit nachvollziehen kann, der lässt einen so ein bisschen darüber nachdenken, ob man das alles überhaupt noch mitmachen möchte mit den Sondereditionen. Weil, wenn man jetzt einfach sagt, ich möchte einfach den Film haben in einer ganz schlichten Verpackung wie in einer Emery, also in einer Plastikverpackung halt, dann hat man diesen ganzen Stress teilweise nicht. Ich meine, es gibt auch Beispiele, wo dann auch die Emery kaputt ankommt und zerbrochen ist, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber selbst wenn einem, wenn das Ganze irgendwie kaputt bei einem ankommt oder man lässt das Ganze irgendwie aus Eigenverschulden mal fallen, dann hat man immer noch die Möglichkeit, so eine Hülle zum Beispiel nachzukaufen. Das ist ja auch gar kein Problem. Bei einem Steabook sieht das halt anders aus. Das kannst du halt nicht mal eben nachkaufen. Und ja, das lässt einen wirklich überlegen, ob man das noch mitmachen möchte. Was denkst du darüber? Also was soll ich dazu jetzt genau sagen? Es ist wirklich so, wenn du die Sachen so liebst, also dass du Steabooks gerne sammelst, ist das natürlich frustrierend, jedes Mal wieder aufs Neue Dellen und alles zu haben. Und ich finde es wirklich einfacher zu sagen, gut, ich nehme die normalen Verpackungen, weil wenn da was dran ist, die kriegst du hundertprozentig immer irgendwo anders. Du kriegst die immer wieder zum Umtauschen und definitiv irgendwo auch ganz. Dass eben, wie du schon gesagt hast, bei Steabooks eben das Problem ist, wenn die limitiert sind oder die Sonderausgaben alle vergriffen sind, dass du eben gar nicht mehr da rankommst in einem guten Zustand. Ich meine, Steabooks hat, man möchte natürlich, sag ich mal, seinen Film, den man toll findet, den man liebt, irgendwie in einer besonderen Edition haben. Das war meistens schon immer so. Und gerade Steabooks, da gibt es ja wirklich schöne Steabooks, dass das Ganze irgendwie hochglänzend daherkommt oder ein schönes matte Steabook mit Prägungen, wie einer Rahmenprägung zum Beispiel. Und das kriegt man natürlich alles mit einer Emery nicht. Aber, wie gesagt, die genannten Punkte, die lassen einen auf jeden Fall so ein bisschen frustriert zurück. Und ich sage dir ganz ehrlich, mittlerweile mache ich es auch sehr oft vom Cover abhängig, weil die Labels machen es einem auch manchmal wirklich schwer, zu der Steabook-Variante zu greifen, weil die Cover, die sind teilweise auch wirklich nicht so schön, wie es mal der Fall war. Und dann ist meistens sogar das Emery-Cover schöner wie das Steabook-Cover. Und das hatte ich zum Beispiel auch im Fall von dem Zack Snyders Director's Cut, also dem Snyder Cut von Justice League, wo das Steabook halt wirklich absolut nicht schön war. und ich gesagt habe, gut, da greife ich jetzt zu der Emery-Variante, wo halt die ganzen Helden mit drauf sind. Und die ist es dann auch so lange im Regal gewesen, bis dann halt im Ausland, also in Korea, eine Steabook-Variante erschienen ist mit dem Cover von der Emery hierzulande. Und seitdem habe ich den Film quasi erst im Steabook. Aber es ist schon alles sehr, sehr ärgerlich. Am Ende muss man sogar ins Ausland greifen, um überhaupt so ein schönes Steabook-Cover zu bekommen. Du bist ja sowieso wählerisch mit deinem Cover. Wenn du die Auswahl natürlich hast, weiß ich selber, dass du zu mir auch kommst und fragst, ja, was findest du jetzt besser, was soll ich nehmen? Und das ist klar, dann gehst du oft auch eben in den Ausländischen, weil die, muss ich selber gestehen, auch öfters viel, viel schöner sind als unsere Deutschen. Ja, da wird dann auch mal so eine Beilage mit beigelegt, wie zum Beispiel ein kleines Heft mit so ein paar Hintergrundinformationen zum Film und der Produktion. Das bekommen wir alles nicht. Wir bekommen mittlerweile kaum noch überhaupt eine Prägung. Und wie gesagt, das sind alles so Sachen, wo es einem mittlerweile schwer gemacht wird, fast schon überhaupt noch zum Steabook zu greifen. Mittlerweile wird da ja tatsächlich sehr, sehr gerne zum Mediabook gegriffen, wo ich sage, ja, das Mediabook hat aber auch nochmal einfach einen gewissen Mehrwert, weil auch da hast du halt so verschiedene Hintergrundinformationen zu dem Film, zum Regisseur, einfach zu den Filmschaffenden an sich. Und das Mediabook kennst du auch, oder? Mediabooks kenne ich auch, ja. Ja, wie findest du Mediabooks? Findest du, die haben einen größeren Mehrwert wie Steabooks zum Beispiel, wenn man schon eine Sonderverpackung kauft? Du weißt genau, wie ich zu beiden Sachen so einigermaßen bin. Ich finde beides unnötig. Ja, köpft mich alle. So stehe ich dazu. Aber es ist schon eben unterschiedlich, weil Mediabook ist eben ein bisschen von einem Aufmacher anders gemacht. Ich finde beides auf eine Art und Weise schön, aber ich muss es jetzt nicht wirklich haben. Also du wärst jetzt eher jemand, wo du sagst, okay, mir geht es halt wirklich um den Film an sich. Ja, genau. Ich brauche nicht den ganzen Schnickschnall drumherum dabei, brauche dich nie. Das siehst du auch bei mir im Film, da gibt es nur die normalen Versionen, also die normale MRE drin, fertig, aus. Ich brauche keine Steelbooks und, und, und. Und es sind dann, wenn die Steelbooks, die ich habe, sind die, die du eben dann nicht mehr wolltest, weil du die andere Fassung besser gekriegt hast oder so. Aber sonst würde ich mir nie im Leben sowas selber holen, das weißt du auch. Obwohl, das ist ganz interessant, wie du das gerade sagst, weil viele hätten oder haben ganz gerne eine schöne Außenverpackung. Aber was du gerade sagtest mit dem, ich sag mal, sogenannten Kram, wie du es sagst, damit können auch viele nichts anfangen. Also wenn da so Postkarten beiliegen oder so, da sagen viele, ja gut, was soll ich mit den Postkarten, lass die lieber raus, damit ich das Steelbook oder das Mediabook ein bisschen günstiger bekomme. Also da geht es schon so vielen in der Richtung. Ja, es ist ja auch sowas, ich interessiere mich für den Film und mit den Postkarten, die Sachen liegen doch sowieso meistens dann nur wirklich in der Verpackung weiterhin rum. Und andere Mehrweite haben die meistens, bei den meisten nicht. Also sie bleiben mit in den Verpackungen und bleiben dafür immer liegen. Es ist so. Ja gut, soviel auf jeden Fall zum Thema Sonderverpackung mit Steelbooks in erster Linie im Fall von der Weiße Hai 3 und 4. Ich kann nur sagen, Fazit des Ganzen ist auf jeden Fall, ich habe schon trotzdem noch Spaß an schönen Sonderverpackungen. Gerade wenn es so meine Lieblingsfilme sind, da muss es meistens ein bisschen mehr sein wie halt einfach eine Emery. Okay, es kommt aber auch wirklich, wie gesagt, auf das Cover an. Wenn ich merke, die Sondereditionen, die teurer sind im meisten Fall wie die Emery und die haben alle nicht so das schönste Cover, dann nehme ich die Emery am Ende, weil dann ist das halt am Ende die schönste Variante. Ja und du bleibst bei Team Emery? Ich bleibe bei Team Emery, was soll ich mit den anderen Sachen? Brauche ich nicht. Gibt dir nichts? Nee, gibt mir nichts. Wirklich kein, gar nichts. Kein Feeling, nichts. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß auf jeden Fall, dass auch viele hier auf dem Kanal sagen, dass es denen da auch tatsächlich mehr um den Film geht. Dass sie sagen, ey, wenn ich den Film bekomme in derselben Ton- und Bildqualität, dann brauche ich da auch keine, oder brauche ich nicht das Geld in eine teure Verpackung zusätzlich stecken. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir hier raus an der Stelle. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder mitgemacht hast, aber zu weit gehört auch, wir sind gerade im Urlaub und du bist die einzige Person gerade in Reichweite, mit der ich über Filme sprechen konnte. Das ist so wundervoll gesagt von dir, super. Ich fühle mich so wertgeschätzt. Ich hab dich auch lieb. So, und damit sind wir hier raus an der Stelle. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Und ja, das Ganze wird dann auch wieder ein Video, denn ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es wird kein Podcast in dem Fall. Und ich sage Tschüss und meine bessere Hälfte auch. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.